ja ja hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Payday 2 Bain Bain Bankrupt Gold machen wir mit Philipp Hallo und äh ja wir machen einen Bankrupt auf jeden Fall da auf ne und nicht lang quatschen und anfangen genau würde ich sagen okay ja also der Philipp der kleine Sucht die hat jetzt ein bisschen gespielt der ist Payday süchtig und deswegen ist er Level 91 ja also ich werde auf jeden Fall noch Level 100 das habe ich mir vorgenommen aber okay ähm ich würde sagen Let's get rich also Bankrupt ist ja meine Spezialität okay habe ich ja immer ganz lang gemacht ähm ich nehme den Thermalbauer schon mal und tu ihn äh Vorsicht Vorsicht Philipp Philipp zurück der kommt raus der kommt raus geht zurück geh ganz zurück ne 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 geh hoch aufsdach der ist gut aufsdach ach so dann kill ihn weil da hast du doch Kamera ausgeschalten ja 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 ich weiß doch Bescheid ach ich krieg ja immer Panik wenn der Philipp was macht dann sehe ich ja nicht was er macht und dann habe ich immer Schiss dass der irgendwie zu spät schießt oder so 1 zu 0 fertig ja ja Security schon mal auf der richtigen Seite perfekt da hinten ist der Bankraum äh kommt zu mir jetzt jetzt kannst du runterkommen glaube ich aber pass auf da könnte jetzt möglicherweise der Ding kommen Moment du hast einen Zift draußen gekillt ne also ein Zivilist ja einen habe ich eingepackt John in die Mülltonne hier ein und das heißt da fehlt nur noch ja da kommt dann schon der Nächste okay ich kill den Seiten Zivilisten okay ja okay und da kommt der nächste Zivilist kommt zu dir der dritte oh es gibt vier drei oder vier ich bin jetzt gerade auch nicht so sicher okay ich schau grad ne wir schauen halt am Ende nochmal bevor wir den äh Ding durchziehen nein 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 wo geht der hin wo geht der halt egal wo er hingeht ich mach's schon oder ok mach du pass aber auf die checken das ziemlich schnell wenn du mit dem Ding am Rücken läufst also immer bei dir drüben bleiben würde ich vorschlagen ja ich versteck den schon keine Angst der Typ mit der Keycard steht mitten ähm ähm der Typ mit der Keycard also mit der Schlüsselkarte warte es muss aber noch nicht mal sein dass er die Schlüsselkarte hat ne die Mülltonne tu sie hier rein ja dann hol ihn schnell hols schnell ich ach Philipp ich wir müssen doch alles schön geordnet in einer Mülltonne tun du willst doch die Nachhaltigkeit der Welt haben und ich glaub drin ok pass auf ich hab bereits wir haben gar keinen gekillt oder du hast einen ne ja ein ein Gart ja das macht vier hier ich hab' ich hab' ich hab' vergessen ok das war glaub ich der letzte für draußen ok ja das waren jetzt dann vier ne wenn ich mich nicht ganz erinnert ne zwei du hast bei dir noch eingekillt der drei vier vier ja vier das war glaub ich der letzte ne ja oder wir checken dann nochmal am Ende durch ok warte ich hab' erst mal hier den Security Raum hoch äh ne den muss ich noch nicht aufmachen noch nicht ok ähm ja hast du schon die Schlüsselkarte nie hast du ja noch nicht hier oben war der Typ und der mit der Schlüsselkarte hatte er einen dabei ja ne die liegt bei ihm im Büro oh shit ok dann muss man folgendes tun hm warte vorsicht vorsicht Philipp ja ja gottes Panik 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 warte Philipp warte bevor du irgendwas tust Kamera über der Tür Kamera gegenüber von der Tür Kamera schaut zu mir robben entspann die 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 schon der ok war er ist hier ganz zurück langsam aber bitte was aufnehmen immer eine Sekunde sekundäre Waffe die dann fällst du nicht so auf weil ich gehe rein vielleicht alles da bloß er ist nicht mehr gemacht das ist nicht mehr zu gewundert kein Problem jetzt Moment, 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 lass mich gucken, lass mich gucken alles klar alles klar zwei guards vor uns aha, 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 okay Okay, das Gute ist, das Gute an der Sache ist, jetzt hier vor uns, hier wo ich jetzt bin, wird ne Wache kommen. Hier, 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 wo ich jetzt stehe, ne? Hm. Warte, ich mach Humboldt an, ne? Nein! Spaß! Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Bist du ein, ich sag's jetzt nicht, äh, aber du bist trotzdem dran. Da, 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 das ist der, das ist der Typ, der jetzt kommt. Ja, genau. Der wird jetzt. Nein. Zurück gehen. Oh, Philipp. Ich fall auf deine Verarsche nicht rein, aber probier's gar nicht. Philipp. Okay, wir müssen jetzt nicht mehr auf Kameras achten, das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Ja, aber der Minuspunkt ist, dass wir immer noch auf Leute achten müssen. Das, okay, wir machen das so, dass wenn jetzt die nächsten Guard-Killen, das wird, glaub ich, dieser netter Herr sein. Rushnill mit ECM rein. Aber warte, 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 zurückgeht, 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 zurückgeht. Da kommt noch einer. Check nochmal die Kamera, weil der, ich check die Kamera. Du schnell und ich. Da, pass auf, der kommt, der kommt, lass dir Zeit. Der schwarze, kommt da noch einer? Geh, 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 geh. Kann ich ihn töten? Ja, du kannst ihn töten. Geh ich mal von aus. Ja. Pager, schnell, schnell. Fäll ab. Äääääääääääää. Ich habe jetzt schon ein Bierproblem. Flip. Fäll zu, die Leiche ist schnell weg. Oh, der hat mich schon bemerkt, ne? Der wollte gerade wegrennen. Zum Glück haben wir ihn. Ja, ja, aber hättest du den Pager nicht beendet gehabt und den abgebrochenen Pager hättest du auch verkackt gehabt. Okay, wir haben gleich. Warte, ich komme, falls ein Notfall steht. Einpacken. Okay. Okay, es sollte, schau mal bitte rein, ob da jetzt noch eine Wache sein sollte. Du hast doch jetzt alle vier, oder? Riech mich? Du kannst keine Pager mehr beantworten. Oder doch? Ja, aber es gibt keine Wachen mehr. Okay, Dani, folgendes. Warte, warte jetzt hier. Die mit dem Notknopf. Du siehst den Notknopf bei dir, ne? Der ist links neben der Tür. Hä? Kill einfach alle. Also bei dir ist der Notknopf, da wo du jetzt bist. Bei mir? Ach so, ja, 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 ja. Ja, bei den Typen da hinten. Okay, du musst einfach alle killen, die sich dem Notknopf nähern. Warte noch, warte noch, warte noch. Bitte warte jetzt. Warte noch, ja? Pass auf. Jetzt warte kurz. Also folgendes. Notknopf ist wo? Bei mir. Genau da, wo ich jetzt bin. Ich komm jetzt zu dir kurz. Ich komm kurz zu dir. Oh, ja. Bei dir im Raum sollte, glaube ich, nur noch zwei, drei Zivilisten sein. Die legst du einfach um. Okay, ja. Aber der Panikknopf ist hier. Hier, hier, hier. Siehst du das? Da. Ah, okay, ja. Okay, du... Sorg einfach dafür, dass keiner da hingeht. Alles klar. Aber die haben ja auch Handys. Wir müssen aufpassen. Ja, deswegen legst du sie alle um und ich, äh, geh in den anderen Raum und leg da alle um. Okay, und musst dann auf Get Down schreien. Ja, genau. Okay, auf... Okay. Warte, 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 warte. Das war auf drei. Auf drei stürmsten Raum. Okay, ich auch. Okay, eins. Zwei. Drei. Go, go, go. Fesseln, fesseln, fesseln. Ich zeig nochmal, ob hier alles klar ist. Außen auch. Also, ich schau mal, ob außen noch einer läuft. Passt schon. Draußen sind hier tot, innen alle tot. Ja. Ja, viel? 360. Okay, und ja, das ist der Job der Bank gewesen. Genau, das ist die Kunst. Ey, am Anfang ist schwer, ja. Ja, weil man nicht genau weiß, wie. Aber wenn man es eigentlich weiß, dann... Man muss einfach nur schauen, dass... Außen alle weg sind, die Alarm melden könnten. Außen ist, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl. Ich denke, vier maximal. Also, das ist ganz wichtig, muss weg sein. Hier hinter dem Schalter, Dani, komm mal bitte jetzt kurz zu mir. Ja, genau, ja, den Panikknopf zeigen. Hier, hier sind ein paar Panikknöpfe und die... Hier stehen zwei Leute immer und die müsst ihr einfach umlegen. Ihr müsst einfach... Weil da wird immer eine Tür offen sein und die müsst ihr einfach umlegen. Äh, es war schon mal bei uns einmal der Fall, dass da gar keine Tür offen war. Dann würde ich... Boah, was würde man dann machen? Dann musst du sie... Sie aufknacken, irgendwie. Das... Das ist dann etwas kompliziert, aber sonst... In der Regel sind die immer offen. Okay, alles klar, ja, und das... Äh... Hier gucken, dass ihr immer schön... Also, ich würde immer den Typen im, ähm... Im Kameraraum als, äh... Als Geisel nehmen, richtig. Aber ihr braucht immer einen. Oder ihr habt den, äh... ECM-Störsender mit irgendwie Rückkopplungs... Funktion, was weiß ich, so ein Spielzeug halt. Dann könnt ihr das auch irgendwie ohne Geisel machen. Aber normalerweise nimmt einfach eine Geisel das ganz leicht. Hm. Und ja, so hat sich dann auch Hank's da auf Job erledigt, wie wir hier gezeigt haben. Und wir werden natürlich auch vielleicht andere Self-Jobs machen, oder Dani? Je nachdem. Ja, je nachdem. Können wir mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Richtig. Ob's interessant ist zu sehen. Wir können auch... Ich, also... Und Artists-Tutorial machen, wie man das macht. Weil am Anfang hatten wir da auch unsere Schwierigkeiten dabei jetzt. Mittlerweile. Philipp, der Luca hat gelogen. Warum? Man kann keine Autos explodieren lassen, ne? Ja, zumindest die, die parken nicht. Nein, generell. Man kann sie nicht explodieren lassen. Hm, ja, und Science? Geht einfach nicht. Es ist unmöglich im PDA-Rotos-Sex studieren, so wie man. Dann hat er vielleicht ein anderes Spiel gemeint. Weil wir einen Kölklassenkameraden von uns hat gesagt, ja, man kann die Dinger explodieren lassen. Ich hab gedacht, ja, geht schon, sicher, aber... Fasel, Hasel, Hasel. Das war nur scheiße, was er gelaufen hat. Ja. Ach, 200 Sekunden. Also, ich würde euch auch noch am besten empfehlen. Also, man kann den Job auch alleine machen. Also, das heißt, ein Kumpel, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir das halt eigentlich nur demonstrieren wollten, dass das Stealth geht. Also, ein Kumpel kann eine Säge mitnehmen. Das ist die Over9000. Das ist ein cooler Name übrigens. Over9000-Overdoss-Säge. Und dann könnt ihr noch extra Cash machen, indem ihr die Schließfächer aufräumt. Aber das... ist eigentlich... Ja, jedem sein. Macht ihr halt, glaube ich, noch... 50.000 mehr, als ihr sonst bekommt. Hm. Und ja. Und immer dafür sorgen, dass die Tipps gefesselt sind, weil die können auch einfach mal mitten... Äh... Mittendrin, wenn die nicht gefesselt sind, brechen die einfach aus, rennen zum Panik-Knopf und ja. Dann habt ihr den Salat. Oder rufen die Polizei. Oder die rufen die Polizei, ja. Über die 911. Oder die 911. Ja. Dann... 140. Dann... Ah! Das habe ich ja voll vergessen. Komm mal mit, Dani. Hier hinten beim Manager ist ja noch so ein Crescent. Ah ja, stimmt, genau. Knack ich mal sch... Schlüsselkarte liegen, wenn sie nicht normalerweise, äh... in diesem... Ah, Manager ist sie nicht. Bei dem Manager, aber... Leute, aber... Hier liegt auch manchmal noch Geld. Also auch mitnehmen. Das habe ich schon mitgenommen. Das waren... Ach so, na, okay. 4, 5 Geld, Batzen. Hast du dich wieder umgescilled? Jetzt hast du wieder das Knackeschloss, oder was? Ne, ich habe den ganzen Ghosts ziemlich voll. Ach so, okay. Den Ghosts voll und, äh... den Mastermind. Hm. Aber ich kann mich jederzeit umskillen, weil ich habe genug Geld. Ja. Und was wird hier drin sein, Dani? Was wird hier drin sein? Mal schauen. Gold. Ah, hier rechts. 13.000. Und ich empfehle die MP5. Also die MP5 mit, äh... Schalldämpfer für Stealthjobs, weil... Damit lässt sich ja mal schneller gegner können. Hm. Ich habe zum Beispiel die MP5 mit, äh... einem AH-COG Visieren. Warte, bleib mal stehen und zeig's den Zuschauer. Ziel mal, ob sich da irgendwas verändert. Ah ja, da er verändert sich echt was. Also, der da... Sieht zwar ein bisschen komisch aus, ein bisschen verpackt, aber okay, ja. Gut, haben sie g'sen? Ähm, ich... äh... mit abgeschnittenem Griff und ich finde die an... einfach am besten. Musst du das mal auf dem Baum haben? Auf dem Baum? Nö, das muss ich nicht. Aber das ist ein bisschen buggy. Mach's ein bisschen like Assassin's Creed 4, hm? Ah, fuck. Da kann man ja auch auf Bäume herumklettern und alles. Ah ja, Assassin's Creed. Ja, kurz spielen, ne? Auf dem... von dem ich auch let's playen werde. Hattest du überhaupt Multiplayer? Philipp. Das Ding besteht aus Multiplayer. Das heißt, du spielst und bist automatisch Multiplayer. Deswegen, du kannst ja auch in diese Stürme geraten und dann kannst du ein Feind, also... im Online-Modus ein Feind da reintun. Also in den Sturm. Ist auch geil. Das ist ja mies. Also in meinem Erfahrungsstand auch, was ich jetzt bisher gesehen hab. Philipp. Achso, der Philipp knackt jetzt noch die Schlösser. Langsam aber sicher? Ja, halt nur so ein paar halt. Weil ich hab das schneller knacken, wie du siehst. Geht schnell. Ah. Du hast mal gesagt, du knackst nur ein paar und der hat fast den ganzen Save ausgeräumt. Hat aber lang gedauert. Ja, ich knack jetzt nur noch drei. Ab jetzt. Ah, doch noch einen. Ja, okay, ich knack vier. Insgeheim knack ich vier, aber ich sag, ich knack jetzt drei. Okay. So, das wird jetzt mein, mein, mein erster. Ah, mein erster. Ja, aber das ist, hallo? Du hast doch gerade erst drei geknackt oder so. Ja, ab jetzt. Also, ich hab ab jetzt gesagt. Jetzt ist das zweite Schlösser. Oh Gott, Leute. Ich sag euch, das kann dauern. Also, holt euch schon mal einen Kaffee und so. Das kann auch eine Weile dauern. Das ist jetzt das dritte. Ja. Und dann, äh... Einer geht jetzt noch. Ja, genau. Einer geht noch und danach geht noch einer, oder? Geht da noch mal einer? Nee, danach geht keiner mehr. Einer geht noch... Okay, da war nichts drin, okay. Hab ich doch gesagt. Okay, aber wenn da jetzt was drin ist, dann gehen wir. Da muss einfach nur irgendwas drin sein. Ein Buch. Weiß egal was. Okay. Da war auch nichts drin. Label, wenn ich jetzt komm und schau, ich schau jetzt nach. Da war wirklich nichts drin. Ja, ich schau jetzt nach. Also nicht, was man nehmen kann, ne? Ah, ich hab doch gesagt, ein Buch. Hä? Also war da doch was drin. Ja, aber man kann's nicht nehmen. Bücher kann man auch nicht nehmen. Bücher kann man auch nicht nehmen. Und du sagst, da muss nur was drin sein. Ja, aber ich meine... Ja, aber ich meine... Okay, schau, das kann man nehmen. Das sind 4.600 im S-Kommi. Zufrieden? Obwohl eins... Nein, nein, okay. Ich geh's schon mal vor. Oh Gott, so viele Goldsäcke ohne Scheiß. Du, 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 und zack, rein. Und das gibt Geld. Gold gibt Geld. Zack. Dum, 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 dum. Und rein damit. Das ist wie viele Hunderttausende? Egal. Fünf, glaub ich. Warte, wenn man jetzt mit einer lauten Maffe schießt, sollten auch die Polizei kommen, denk ich mal. Nein, dann nicht mehr. Schau. Jetzt haben wir schon mal probiert und bei Bank ist das nicht so. Ja. Ja. Und wir sehen, wie viel Geld wir genommen, gemacht haben. Bisschen was, ja. Ja. Das war das Stealth Bankjob Gold. Ja. Hm. 212.000 eigentlich nicht schlecht, wenn man so sieht. Ja. Erfahrung auch. Oh, jetzt noch ne gute Karte ziehen. Okay, dann nehm ich das auch. Okay, an, an, an. Oh, dann hab ich schon, egal. Ja, meiner hab ich auch schon. Okay, ja. Also, ich will sagen, das war's. Das war's, Leute. Das war's. Das war's, ja. Also, ich glaub, was euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Video redet. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play. Wenn es wieder heißt, Let's Play mit Daniel Gaming oder auch dem Philipp. Ja. Okay, macht's gut. Ciao. Bis. Also, perfekt. So, dann noch Aufnahme in TS beenden und dann tue ich gleich schneiden und alle.